War das nicht das, wo wir Yui erst holen mussten, weil er irgendwie weg ist? Nein! Wunder weg zu werfen! Nimm das! Jetzt kannst du sie nicht laufen. Jetzt kannst du sie nicht gehen. Das klingt erstmal wie Daniela. Oh, f*** dich Daniela! Wo kommt sie her? Ah! That bitch! She took it! Oh! 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 Nein! Lauf in andere Richtung. Oh mein Gott, sie steht in dir. Jetzt nicht mehr. Yui! Ey Yui, du check sie nicht! Oh man ey, were I still for you! Weißt du, das Spiel von zwei Minuten angefangen haben schon dort. Wir sind in diesen zwei Minuten nur im Kreis gelaufen. Das wird ein langes Video. Wie dumm? Oh mein Gott ey. Ich seh schon, das geht jetzt erstmal eine Stunde lang weiter. Maybe. Ihr macht jetzt erstmal wieder die Tutu. Schön aussieht. Das war so late nicht gerade. Warte. Was ist jetzt? Ich bin schon wieder draufgegangen. Ja, ja. Oh Mann, das ist ja... Hier kommt dieser Dreckschlampe einfach nicht. Was ist mit dem? Ja. So, wir sehen mal, dass ich jetzt wieder rauskriege. Jeden war ein bisschen wurscht. Vielleicht steckt sie jetzt wieder vor der Tür. AHHHHH! Natürlich. Ja. Ohhhh! Guck, 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 guck. Ich hab's richtig gesehen. Ich glaube, sie hat ihn gekickt. Geh doch zu Hause, du heute scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Eigentlich. Das singen wir jetzt immer. Scheiße. Das kann ja nicht wahr sein. Oh. Oh ml. Cool. Ob das jetzt gut war ist eine andere Frage. Das ist immer so geil, dass sie dann auf einmal ers jagt zu mich mit denen... mit ihrer Scherbe und dann so random mäßig. Und wir kriegen wieder einen liturgischen Blick den Teelung, ne? Sie steht auf... Ich glaube nicht, dass es gut war, sie anzusprechen. Ist immer so creepy. DÖ 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 Endlich! Olli. O, mein Gott, jetzt hat sie den Türhaken. Das finde ich nicht gut. Der Türhacken ist noch schlimmer als die Glasscherbe. Oh Gott, wo bin ich durchgekommen? Durch die Tür hier, ne? Boah, scheiße. Das hat mich auf die Frage geschaut. Den Kopf ich nie lasse. Das hat mich vergesprochen. Ja, das ist unfair. Wenn man einfach Geld gewöhnt, ist unfair. Ja, wir haben das Papier und du vergesst es an meiner Leiche. Schön für dich. Wirklich, ich freu mich sehr. Kann ich auch, siehste? Fuck you! Ich bin unter dem Sofa. Voll klingelt. Und unter dem Sofa. Wer weiß, dass sie da irgendwie viel sind, außer wo im Ause. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Technisch gesehen ist sie zu Hause. Technisch gesehen ja, aber... Geh woanders zu Hause. Ich traue der ganze Nacht nicht. Ich speichere jetzt nochmal. Nimm es! Nimm es! Was immer es ist. Ich hoffe, er bewegt sich nicht und tötet uns jetzt nicht. Das ist ein Leiche. Das bedeutet hier nichts. Hier als nackt. Das ist auf jeden Fall der Venus-Schlüssel. Ich wette, das war ein Fehler. Ja. Ich glaube auch. Verdammt. Ich hab's gar nicht. Oh Gott. Ich sterben? Ah! Juhi! Juhi! Weil da ist ja da das Venus-Zeichen drauf. Das ist das Venus-Zeichen? Ja. Das ist das Weiblichkeits-Zeichen. Ja, stimmt. Venus? Weiblich? Frau? Hey, Mann. Ich bin so cool. Das ist die Venus-Zeichen. Eine Erraune. Das Erraune, die man so rumschreiben muss. Ja, das kennen wir auch schon von Harry Potter. Tritt doch einfach drauf. Das ist ja auch gut. Lass es Yumi tragen. Gut. Leip. Ich gebe euch noch einen hier ums Nele-Gurke. Ja, das ist voll schlimm, ey. Warte! Leip. Da. Alter! Eine Gurke! Da waren wir noch zwei Minuten! Eine Gurke! Von mir sollte auch noch irgendwo hängen bleiben. Ja, das wäre noch fair. Ja, das ist voll schlimm. Ja. Dieses Schiff und dieses Parabab. Ich glaube, wir dringen gerade Ende zu viel rum. Ja. Mal serios. Ey. Warte, warte, in der Zwischenzeit, möchte ich den neuen Golem zeigen. Hm? Ja. Der Gold im Lieferservice Wir sind ganz klar, wir sind in Rapture Gut Eigentlich nicht Nein, wirklich nicht Jui, du verheißt es geschafft Ich bin so schlecht im Spontanlicht Jui, ich ruhe nach dir Oh Gut, dann sag ich, ich hab sofort nicht mehr, wo du hin musst Weil ich will ja eigentlich, wo du hin musst Oh, Iiiiiiii Iiiiiii, bei solchen Fischen kriechen Anfalt Iiiiiiii Nein, guck sie dir an, wie erst die sie sind Äh Schnell weg! Die sind mega... Ihhh, die sind ekelig! Da können die auch digital sein. Gerade digital. Aber vielleicht schmecken die ganz gut. Je hässlicher der Fisch, desto besser der Geschmack. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist das wie mit Geflügel. Je hässlicher der Vogel, desto besser der Geschmack. Ich trauze sehen echt scheiße aus. Ich hab aber nicht rausgegessen. Schmecken gut. Schmecken die alle für wirklich zusammen. Also, mach ich. Ja. Was? Die Bücher wurden alle von meiner Person mit dem Namen von der Krippe. Was? 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 Blablabla? Was? Die wurden alle von der Krippe geschrien? Was? Könnte denn das ein Buch sein? Oder haben wir doch ein Buch von der Krippe? Dann haben wir nicht. Was? Die sind alle in Brandenburg. Und das ist alles Pflanzenreich. Und in Brandenburg liegt überall ein Exemplar Pflanzenreich. Aber bei mir findet natürlich keins. Was? Oh mein Gott. Sie sind so hässlich. Laura du Wurm. Niemand bescheid. Das sucks. An Eis. An Eis. An Eis. I'm so afraid to go out. An Eis. Nix mehr. Hey, was ist das? Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhhh. Hey das ist mein Grundsatz. Immer erstmal die Verkehrterrichtung laufen. Immer so bei Abzweigungen. Auf die Strählen so. Läuft sie jetzt richtig? Läuft sie jetzt richtig? Auf die Strählen so. Ahhhhhhhhhhhhhhh. Falsch Leute. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Aber wenn wir den Weg erstmal 50 mal gelaufen sind, dann kannst du ja auch machen, wie man gerade sehen kann. Ja, so halb. Laudatore Niemand geschieht Irgendwer glaubt Meinen Passat Was? Jetzt kommt doch zwischendurch auch vor Irgendwer glaubt Meinen Passat Halt die Klappe, du bist halt falschen Weg Man geht hier lang, man muss hinter so man ziehen Verdammt Sie macht schlapp Das ist ja auch kein Wunder Das ist ja auch kein Wunder Wenn sie schlapp macht, warum krieg ich Seitenstiche? Das ist Übertragung Oh mein Gott Ich will das langweilchen, kenn ich schon Oben Schlitz und Mix Oben Rücken Also Schlitz, Mix und dann Schlitz Strich Das ist nicht Schlitz Lass uns tanzen oder Oder beides Putzen wir vorbei What do you want? Deine Eierstücke Würde ich auch nicht vermuten Keine Antwort ist auch eine Antwort Was ist das? Was ist das? Atze 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 Das war nicht gut Ja voll gut Ja voll gut Kack auf die Hände Das war gut Wir sind schlau und knallst du Daniela Wooh oh 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 Wie sagt sie Daniela? Mach viele Fehler Oh 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 Sie wird bezahlen Oh 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 Mit Schlimmen Qua Jura, bist du besser als... Ich mag's Ich bin so talentiert Nein, ich bin zur Ruhe Wo ist die Ruhe? Ich werd bezahlen Fünff Fünff Na, besser? Ich bin besser Oh nein Wir haben uns die Filmrille angeguckt Den müssen wir uns erst mal suchen Scheiß Fische Was ist das denn? Da steht einer Ja Das sind Rrrrrr Typen Wie Rrrrrr Typen Du findest noch mehr davon Das war das, was wir im Film gesehen haben Wir erinnern uns Ja Ich hab's vergessen Nein, ich hab's vergessen Gehne Min Mu Und raus bist du Scheiße Ich vermisse Yui Echt? Ja, vielleicht könnte man den vorschlagen Über ihn wird der Fall ja drüber wechseln So, hast du ja jetzt gemerkt Welche die guten Steine sind? Ähm So, halt Warte mal Rot war... nee, schwarz Rot? Aber es war's genug Es war rot, oder? Na, es war schwarz Nein, es war rot Rot Ja Ach, wo kommst du denn wieder? Du kommst auch mal wieder angeschissen, ne? Jetzt macht er jetzt wieder den lustigen Tanz Nicht den lustigen Tanz Kiri tanzt ihn Ach, was hat sie eigentlich gemacht? Aufs Knete? Wie der wettige Kräte Oh, die kriegt sich nicht mehr rein Was, hat sie so gekriegt? Keine Ahnung Nein, sie schlopft Hast du sie so gekriegt? Ich glaube ja Also ich weiß, dass man Yui so lange auch angreifen lassen kann bis sie Es sieht ganz anders aus Es sieht ganz anders aus Schieb einfach mal weiter Aber es steht dann noch mal auf Wäre ja schön, wenn sie dann liegen bleibt, so Aha, sie steht wieder auf Jetzt, ist sie aus Knete? Sie ist aus gar nichts Aber was eh was muss wie sein, ich sage Knete Oder Marmorkuchen Marmorkuchen Ich bin gerade liebes in Ruhe Ich bin gerade liebes in Ruhe Wie kommt es, dass wir Igor am Leben gelassen haben und sie geht drauf? Weil Igor wie ein kleines Kind ist, aber Daniela wollte unsere Mumu Der hat uns vergewohltätigt Maschusse Partyhut